Ne, war schon richtig. Acht. Zwo. Vier. Ich mag keine Spiegel. Ich bleib lieber unsichtbar. Ich auch. Innere Schönheit erledigt. Sehr gut. Der nächste Auftrag, der abgeschlossen ist. So, dann können wir uns ja wieder wegstehlen. Davonstehlen. Und so gut wie möglich verschwinden. Richtung Norden. Da sind nämlich die nächsten Aufträge. Ziele. Medizinmisere. Und Nachlass einer Lady. Okay. Mal sehen, was der Nachlass beinhaltet. Hier geht's als erstes rein. Top, die Watte quillt. Wir sind drin. Teuert für jedes Wehwehchen ein sündhaft teures Elixier. Aber dass er sich Wachen leisten kann. Erstmal speichern. Wir kommen jederzeit raus. Aber die Frage ist, ob wir auch reinkommen. Oh. Da ist auf jeden Fall eine Wache drin. Da werden wir das Schloss erst mal knacken. Sehr gut. Ah, er wundert sich nicht. Dr. Troy. Geh mal bitte in die Ecke. Wo trete ich denn hier rein? In Blut. Hey. Ein Mikroskop. Welche auch nicht. Erledigt. Medizinmisere ist durch. Trotzdem möchte ich mich gerne noch hier umsehen. Erstmal Licht aus. Und dann nochmal genauestens umgucken. Gut. Einmal hier rein. Und dann kommen wir auch wieder raus. Wir knacken jetzt mal dieses Schloss. Ich glaube zwar, dass eine Wache dahinter ist. Aber selbst sollte sie uns angreifen, haben wir keine Probleme. Ganz ruhig, Leute. Hier ist nichts. Ich schätze, der Riegel war locker. Ich wollte eigentlich spähen. Hier ist nichts. Okay, es muss eine Möglichkeit geben. Da das Licht auszumachen. Aber ich weiß nicht, wie. Oder wir stürmen einfach rein und hauen sie tot. Aber so viel Nahrung habe ich nicht. Hat sich da gerade was bewegt? Genau. Kommt mal raus. Ach, egal. Geh mal in den Schrank. Geh mal in den Schrank. Und nun? Ein Füller. Oh oh. Einmal kurz raus. Warten, bis der wieder weg ist. Dann die anderen Schubladen durchsuchen. Nein. Schleicht hier jemand herum? Nein. Gut, wir können wieder gehen. Wir haben es geschafft. Uh. Okay. Nichts wie raus hier. Kaffeebohnen, Kau. Wie geht? Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Oh Gott. Erledigt. Sowas von erledigt. Jetzt müssen wir aber weiter in den Norden. Das heißt, weiter nach dort. Die Straßen sind so ruhig. Ganz ruhig. Sonst hören die mich am Ende noch. Kaffeebohnen, Kau. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Ich würde jetzt auch gerne eine Tasse Kaffee trinken. Glaubt mir. Aber dann kriegen wir wohl alle nicht, was wir wollen. Da oben. Da muss ich rein. Aber wie? Durch die Tür. Natürlich. Wie auch sonst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Entree. Sehr gut. Bauen wir die Tür zu. Vielleicht ist hier auch noch irgendwo ein Schalter. Ja. Licht aus. Muss ja keiner wissen, dass wir da sind, oder? Adlerauge sieht nichts. Es geht auch nichts weiter. Aber hier geht es in den Keller. Das ist allerdings keine Medizin-Misere. Also hier muss irgendwo was anderes sein. Mal kurz ausmachen. Angeblich direkt hier unter mir. Das sollte mich doch stark wundern, wenn das hier nicht dorthin führt. Bisschen Kohle. Und das war's. Kein großer Raum. Das war alles? Oder es ist direkt über mir. Aber dafür müsste ich nach nebenan. Ich sehe hier sonst nichts. Bleib mal hier. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also gut, wir gehen doch mal rein. Leatherwood-Möbel. Lederholz-Möbel. Oben können wir nicht drauf. Da auch nicht. Das war's. Das kann nicht sein. Was hat das mit diesem Knalloch auf sich? Ich stehe angeblich direkt drauf. Die Straßen sind so. Ah. Neue Karte. Na, wenn das nicht der geheime Schalter war. Zu was auch immer. Hä? Ich denke, ich habe eine neue Karte. Was habe ich denn jetzt aufgemacht? Ach, da! Das lohnt sich ja richtig. Der unstillbare Appetit. Mohn ist voll. War es das, was ich holen sollte? Offensichtlich. Damit sind wir durch. Wir haben jetzt fast alle bessere Aufträge erledigt. Es sind nur noch zwei Stück übrig. Die machen wir dann später. Ne, Nachlass einer Lady ist noch da. Das ist hier manchmal noch ein Knopf. Wohl nicht. Aber ich nehme die Mohnblume mit. Den benutze ich jetzt. Das war der Knopf. Nachlass einer Lady. Komm Lady, zeig mir deinen Nachlass. Gib mir die Möglichkeit, einen Schalter zu finden. Hier ist nirgendwo ein Schalter. Draußen ist kein weiterer Eingang. Sehr merkgewürzig. Es muss eine Möglichkeit geben. Ich habe bestimmt wieder einen Knopf übersehen. Oder auch nicht. Tja, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich weiß es nicht. Ich hätte schwören können, wir kommen so daran. Vielleicht muss ich den Kuliedeckel zerschießen, aber das glaube ich nicht. Nee. Der würde ja blau markiert sein. Es ist bestimmt über uns. Aber wie kommt man denn da hin? Es ist ja mehr oder weniger zu hier alles. Hm. Ich finde keine Möglichkeit. Also so ruhig es jetzt auch ist im Let's Play. Ich finde keine Möglichkeit. Da hinten sind Leute. Aber es gibt doch keinen anderen Eingang. Ne. Na gut. Wenn das so ist, dann werden wir uns an die anderen Bessow-Aufträge wagen. Die letzten beiden. Und natürlich noch den Schädel zurückbringen. Sowie den letzten Auftrag von diesem Zirkusdirektor machen. Damit wir dann sagen können, wir haben wirklich alles getan, was wir tun konnten. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich. 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 Vielen Dank.